Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen mit Sprengstoff rumgespielt. Und in dieser Folge haben wir schon wieder zwei neuen Chats direkt am Anfang der Folge. Bedeutet, wir lesen mal von Fashion Geeks, was der geschrieben hat. Hast du alle überzüge... äh, hast du... Du hast alle überzogene Teile, Baby. Äh... Ich dachte, ich müsste nie wieder mit dir reden. Das ist dir also aufgefallen. Aber sicher doch, du bist doch nicht umsonst mein Lieblings-Star-Star-Tuber-Küßchen. Das hat sich wie gebraucht. Holzkollektion, wunderbar. Als kleiner Knopf habe ich Baumhäuser gebaut. Was? Ich gab es so einem Club direkt unseres Dorfes, wo sie Kinder beigebracht haben, wie man Hütten baut. Klingt cool. Ähm... Immer noch ein bisschen nostalgisch, wenn ich Holz plassen sehe. Große Hülle. Please what? Also wenn ich dem mehr gebe, gibt er mir auch mehr, ne? Bedeutet rein theoretisch, wenn ich das ganze Set hier unten kaufe. Weil wir haben ja aktuell ganz gut Geld. Und ich glaube auch nicht, dass so viel zum neuen Kaufen dazukommt in der nächsten Zeit. Deswegen tun wir jetzt mal schnell... Einfach hier mal uns durchkaufen. Komm, Space Shuttle. Warum nicht? Könnte meine Farbe-Gerauchbomben-Rakete auch machen. War ich fleißig beim Kaufen? Ja, ich war fleißig beim Kaufen. Aber ich will jetzt mal schauen. Ähm... Hier rein. Dynamitstadt. Wo Holz hingehört. Genau, robotisch. Boston... Äh, wir haben noch so viel. Neue Höhen wäre ich noch irgendwie dabei. Wir sollen unter einem Kilometer bleiben. Also zwischen 900 und einem Kilometer sollen wir landen. Was mich jetzt aber trotzdem interessiert, die Retro-Ding da. Das Ding hier. Holy Shit. So ganz müttig passt es aber auch nicht da drauf. Aber holy shit ist das ein fettes Teil. Das wird auf jeden Fall in Zukunft Einsätze sehen. Ähm... So, aber wir werden jetzt... Spielsachen... Ne, und was fällt denn das? Sonstiges? Wir versuchen mal, den Space Shuttle nach da oben zu schicken. Wenn wir dementsprechend... Ah, die Triebwerke sind zu groß, schade. Also ein kleiner Booster. Also zwei kleine Booster werden doch da locker reinpassen, oder? Let's try it out. Bisschen umgebahrtes Space Shuttle. Bisschen mehr Wumms drunter. Let's go. Okay. Äh, nee. Das wollte er nicht. Neuer Versuch. Wo ist die Mondrakete? Ich habe eine neue Nachricht erhalten, okay. Ja, lese ich mir nachher durch. Alles gut. Ich baue erstmal hier in den schönen... Ich will irgendwas mit dem Booster hier bauen. Weil ich glaube, dass der so hoch kommt. Und ich glaube, mit komme ich da... an eine schöne Breite ran. Ethische Punkte. Und dann oben noch ein Schädel dran. Das sollte doch gut fliegen, oder? Relativ standardisiert. Let's go. Und tschüss. Ja, wir haben noch... Oh, und wir sind so hoch. Ähm. Ja, der war zu stark. Der war ein bisschen höher. Aber dieser... Sag doch einfach, geh über Kilometer, oder sowas. Das ist für mich einfacher. Och, nee. Ja, okay. Nee, ich lade das nicht hoch. Außer es hat irgendwas Besonderes. Nee. Das taugt mir schon wieder nicht. Das taugt mir einfach nicht. So, dann nehmen wir den Booster halt wieder aus dem Sortiment. Ja, ich lese mir nachher die Mail durch. Gib mir eine Sekunde. Ich hätte sonst noch... Hm. Nee, wir nehmen jetzt erstmal wieder unser Standardbooster. Nehmen den kleineren. Und schauen wir, wie der sich schlägt. Vielleicht können wir damit was anfangen. Let's go. Okay, Doppelbooster. Ich vermute, wir brauchen hier einfach einen guten Doppelbooster. Der sollte das dann Ganze auflösen. Deswegen kommst du links und rechts dran. Und dann sollte das aber pfeifen. Das sage ich da. Und let's go. Komm schon. 500 Meter. Scheiße. Zurück zur Konstruktion. Komm. Noch einer in die Mitte. Das geht doch bestimmt irgendwie, oder? Wenn ich dich hier so längs... Dich hier so rechts... Dich nochmal zur Seite. Zack. Den hier in die Mitte. Und dich verzöger ich um... Zwei Sekunden. Dann sollte das doch funktionieren, oder? Okay, wir haben noch länger Schub. Ja. Ja. Nein. Vielleicht sollte ich doch nochmal versuchen, nochmal zwei Sekunden nach hinten zu schieben in den Start. Weil ich glaube, der fliegt sonst noch die zwei Sekunden länger. Ohne Schub. Gehen wir mal hier auf vier Sekunden. Aber jetzt kommt die Tüftelei wirklich ins Spiel. Gleich könnt ihr es mit Treibstoff aufarbeiten, aber... Okay, und? Beschleunige das Ding hoch. Jawohl. Äh, ne, ne, ne. Der fliegt in die falsche Richtung. Okay. Hm. Hm. Müssen wir wohl doch nochmal auf Treibstoff gehen. Ja, okay. Was wollt ihr denn? Museum. Hast du eigentlich noch alle Finger? Warum? Ach, nur so. Ein Vollwasskopf. Keine Sorge, ich arbeite sicher. Eine Doppelspitze. Please, what? Ich kann nur noch das Trieb wegkaufen. Ansonsten ist alles weg. Schaut euch dieses Inventar an. Holy shit. Yo. Alter, das war gut. Oh, wow, wow. Ähm, wir werden jetzt halt mal mit Triebwerken arbeiten, ne? Wir nehmen jetzt hier so einen Düsenantrieb. Ne, ich würde beim Original bleiben, ehrlich gesagt. Und jetzt brauchen wir Treibstoff. Das würde klappen, aber ich will das nicht. Kann man hier denn flippen? Schaut jetzt richtig bescheuert aus, aber ihr werdet den Sinn nachher sehen. Ähm. Treibstoff. Pumpe. Verbinder. Ja, das wird gleich so. Okay, dann gehen wir zurück in die Konstruktion. Ah, die Musik geht gerade wieder voll ab. What the fuck? Und wir setzen hier dazwischen ne Pumpe ein. Ah, ne. Das geht auch nicht. Ah, schauen wir erstmal. Wenn ich jetzt wirklich so ne simple Rakete baue. Ich nehm das Teil hier raus. Weil das ist ja jetzt wirklich so ne short-term Rakete. Also billiger geht's ja nicht. Und Start. Du, ich baue sonst ne... Ich baue ne größere. Mir schaue ich... Ich schaffe dieses blöde... Ich schaffe das blöde Ziel. Ich muss nur schauen, wie ich den Treibstoff hier verbaue. Treibstoff hier verbaue. Oh. Ähm. Hm. Und da rein müsste er dann rein theoretisch dieses Verbindungselement. Genau. Dann brauche ich... Wo ist es... Wo sind die PVC-Sachen hier wieder? Das Langungsstück. Kommst du hier rein? Treibstoff links. Treibstoff rechts. Nee, das bauen wir jetzt nicht. Aber ich baue wieder ja Trieb. Die Überlegung von mir gerade ist, ob es nicht schlauer ist. Schauen wir mal, ob das geht. So zu bauen. Und dann versuchen... Und dann versuchen... Okay, das geht. Alter, die Musik geht schon wieder. What the fuck? Und da kommt jetzt das Triebwerk rein. Ich glaube, das ist viel zu lang. Nee, das geht sogar rein theoretisch. Das probieren wir jetzt. Und da oben drauf kommt noch die PVC-Nase. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir den Treibstoff hier außenrum um die Pumpe ins Triebwerk reinkriegen. Let's try this. Bisschen andere Rakete, aber scheiß drauf. Let's go. Und tschüss. Zu stark. Viel zu stark. Ach, come on. Zu stark auf einmal. Normaler Triebwerk hat vielleicht ein bisschen weniger Schub. Ich glaube, der Technojet hat ordentlich Pumps unter der Nase. Bedeutet, wir nehmen dich mal aus dem Geschäft und nehmen das normale Triebwerk wieder in die Mangel. Tun wir es auch wieder verbinden. Ansonsten muss ich halt vielleicht doch die Pumpe rausnehmen, weil die Pumpe ist ja... ...ordentlicher machen. Bauen. Zum Start. Das war jetzt nicht der Plan, Jungs. Ach, come on. Oh. Epischen Deck. Okay, das lade ich hoch. Zensiert? Ich gebe es über... Okay, Treibstoff, Rohr, Rohr... Hatte ich noch nie, ne? Du bist clever, clever. Dann machen wir clever Mixturen. Das habe ich glaube, er hat das schon sehr bald verwendet das letzte Mal. Ah, wir müssen irgendwie erschaffen. Das ist das Problem. Megakombination clever. Das bringt uns immerhin ein bisschen Aufrufe wieder und vielleicht auch neue Chat-Nachrichten. Was? Dein Videotitel mit Nummer wurde wegen unangemessener Text gekennzeichnet. Das Video verstößt gegen unsere Nutzerberechtigung und kann ab sofort nicht mehr angesehen werden. Was? Warum? Okay. StarTube. Jetzt hast du schon in deiner zweiten Verhandlung. So sieht es aus. Das sagt Racern und ich haben auch ein paar. Aber das ist... So schnell auf dich abgesehen haben, ist neu. Beeindruckend, oder? Das kann ich nicht mehr sagen. Das kann ich auch sagen. Ich finde, StarTube überschreitet mit diesen Verwandten echt seine Grenze. Naja, wir... Da habe ich ein paar abgefahrene Dinge gemacht. Es ist ihr Kanal. Sie können... Sie sollten einfach mal tun und lassen, was sie wollen. Es ist schon früher um Freiheit, aber ihnen geht es am Arsch. Und alles. Heute schützen nur noch ihre Investoren eben auf Nummer sicher. Das muss sich etwas ändern. Da gebe ich dir erst. Aber wie? Ich werde darüber nachdenken. Wir müssen... Es muss doch Alternativen geben. Ah, ich bin gespannt. Also könnte es sein, dass wir auf einen anderen Kanal wechseln, oder was? Was passiert eigentlich, wenn man zu viele Verwarnungen kriegt rein, theoretisch? Ich baue keine Teile der Gruppe Booster ein. Na, das ist... Ich will gerade einfach diese Kilometer schaffen. Das kann doch jetzt nicht die Herausforderung sein, oder? Nehmen wir mal eine simple Rakete. Booster. Links und rechts zwei so fette Dinge. Das muss doch quasi fliegen, oder? Also quasi. Muss fliegen. Let's go. Booster. Haben wir auch nicht so hoch wie gehofft. Hm. Das ist doch voll die Verarsche. Ähm. Wie krieg ich dich darauf? So? Komm. Das Ding muss doch starten. Wo? Bisschen noch? No. An die Schwindigkeit. Holy shit. Das war, ähm, unerwartet. Aber rein theoretisch. Jetzt warte mal. Üppischen Tag. Hm. Ja. Komm. Skelett. Beginner, Schwanz, Boost, Schwachiergang. Das Ding war ja so schnell weg wie... Holy shit. Okay. Super Kombination Anfänger. So fangen wir ja auch wenigstens ein paar Texte und wir kriegen vielleicht ein paar neue Nachrichten. The Money steigt wieder in the Bank hier. Fortsetzen. Und? Die Next Space Rebels. Radikwalder. Ich wollte mich persönlich mit dir in Verbindung setzen. Radikwalder, Gründer der Next Space Rebels. Ich habe eine... Ich habe deine Rede gesehen. Ähm, von den Milliardärern unseren Unternehmern, bla, Internet versprochen haben und aber jetzt die Türen vor der Nase zu knallen. Wenn es aufmachen wollen, müssen wir uns gefallen. Ähm. Was passiert, wenn ich mit deinem Redner? Alles kann passieren. Das ist das Tolle dran. Eine echte Demokratie. Eine Gruppe von Kreativen, die gerne Raketen bauen. Also, was meinst du? Ich bin dabei. Warum nicht? Das ist doch das Spiel. So heißt es doch. Danke für dein Vertrauen. Wir haben noch einen... Nein, einen weiten Weg vor uns. Noch sind wir nicht bereit, dich als vollwertiges Mitglied zu attraktieren. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Hm. So, wir schaffen jetzt den Kilometer. Das will ich heute noch in der Folge schaffen. Und ich habe meinen Plan. Wir nehmen jetzt diese Nase. Und wir nehmen zwei von diesen Boostern. So. So. Mir ist wurscht. Wie? Irgendwie kriege ich die in die Nähe voneinander. So. So. Und in der Mitte. Soll jetzt einfach so eine beschissene PvP-Pipe. PvP-Pipe. PvP-Pipe da durchgehen. Mit einer Nase obendrauf. Aber wenn wir es hier hinstellen, können wir die vielleicht noch kürzer einfach designen. Alles Unnötige rausnehmen. Und wirklich Short-Term-Rakete machen. Wir müssen das Gewicht reduzieren. Let's go. Zoom. 400. 400. 600. 700. Knapp, knapp. Das schaffen wir noch in der Folge. Ich sage es euch. Wir schaffen das noch in der Folge. Ich will nur ein Po-Rakete ballern. Booster. Wir kriegen jetzt noch so einen normalen hier rein. Und dann gibt es noch so mal einen Afterburner, würde ich sagen, nach drei Sekunden. Er wird nicht viel ausrichten, denke ich. Aber wenigstens ein bisschen was. In Ordnung. Und an Start. Gucken. Und. Er wird hoffentlich... Oh, Mann. Zurück zu Konstruktion. Oh, Mann. Es kann doch nicht so schlecht sein. Es geht in den Himmel zu ballern. Ich die jetzt wirklich hier platziere. Und dich hier in der Mitte. Dich hier in der Mitte. Dich lasse ich... Drei Sekunden später zünden. Ich habe irgendwie die Angst, dass wir dann überfliegen. Auch wenn natürlich der Druck jetzt viel höher wird. Und. Die Geschwindigkeit sinkt, sinkt, sinkt. Komm schon. Noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Das kann doch gar nicht so schwer sein, um eine blöde Trägerraketen in den Himmel zu ballern, oder? Oh, oh. Das mag ich nicht, wenn das passiert. Das heißt meistens, dass sich Spiel aufhängt. Aber Leute, ich würde sagen, ich experimentiere bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alles im YouTube da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.